Ausgefolgt im Theater in der Wien. Hauptdarsteller Alexander Göbel erinnert sich, wie er mit dem Regisseur des Stückes, Jörg Haider, erstmals zusammentraf. Habe ich gesungen und ich wollte, ich wusste, ich musste diese Rolle spielen. Ich habe gesungen und gespielt und plötzlich kam diese Stimme von da unten und sagte, Du bist es und er hat mir, ich weiß nicht, er hat mir diese Rolle gegeben und ich war so glücklich.